KI-Sprachassistenzen wohnt also ein großes, disruptives Potenzial in er. Und wie das so ist bei Disruption, es öffnet ein weites Feld zwischen Dystopie und Utopie. Auf der dystopischen Seite kann KI etwa Hochschulen überflüssig machen, weil Menschen die Motivation zu anspruchsvollem Lernen verlieren, sich von der Technik vollkommen abhängig machen, ihre Berufe, ihre Identität, ihre Selbstbestimmung verlieren. Auf der utopischen Seite hingegen schafft KI Freiräume für Innovation und Selbstverwirklichung des Menschen. Sie löst die großen gesellschaftlichen Problemstellungen und befähigt uns Menschen zu anspruchsvollerem Denken und Handeln. Welche gesellschaftlichen Praktiken sich nun zwischen Utopie und Dystopie entwickeln, wie unsere Gesellschaft also den Raum hier füllt, hängt maßgeblich auch davon ab, wie sich Bildungsinstitutionen dazu verhalten und welche Rolle sie daran einnehmen. Hochschulen als Orte akademischen Denkens und Handelns, die Menschen für anspruchsvolle und einflussreiche Positionen in der Gesellschaft ausbilden, sollten die Mündigkeit des Menschen gegenüber der KI, seine Persönlichkeitsentwicklung und akademische Werte wie kritisches Denken in den Fokus rücken. Und dies auch in der Lehr- und Prüfungspraxis. Sie als Lehrende spielen dabei eine entscheidende Rolle. Es ist wichtig, dass Sie sich aktiv mit der Technologie auseinandersetzen und die Auswirkungen auf Gesellschaft und Bildung reflektieren. Dazu gehört auch, dass Sie Ihre Studierenden in den Diskurs einbeziehen und Sie dazu ermutigen, kritisch und reflektiert mit der Technologie umzugehen und dabei Biases, Datenschutz, Privatsphäre und Sicherheit diskutieren. Mehr denn je sind Hochschulen Orte des lebenslangen Lernens, auch für Sie als Lehrende. Lernprozesse werden nun endlich nicht mehr durch den Fokus auf Lernergebnisse verwischt und die Ganzheitlichkeit und auch Körpergebundenheit des Menschen und die daraus resultierenden Lernbedürfnisse treten nun deutlicher hervor. Das disruptive Element birgt damit auf das Potenzial, Hochschulen zu Orten des freudvollen Lernens in anspruchsvollen fachlichen Kontexten werden zu lassen. Lassen Sie uns dazu alle beitragen.